Wie startet man eine ikonische Bewegung? Der Klassizismus würde sagen, es geht um Form und Handwerk. Während der Surrealismus das, nun ja, sehr überraschend fände. Denn schließlich geht es darum, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Das ist die Ikone einer neuen Bewegung. Der neue BMW i7. Das ist die Ikone einer neuen Bewegung.